Hallo Welt, willkommen bei meinem 26. Geoway-Stream. Ein Dittl-Update. Da fand ich zuerst auch kaum was. Aber auch mehr als im Halo. Ich fand dennoch mehr Mitspieler als im Halo. Es dauert zwar bis zu 3 Minuten. Es gibt also die neuen Maps und so. Da spielen hier alle nur die. Aber die Spielmodi der neuen Maps sind gar gar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020